eine fresse über diese zombies ja 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 toll jetzt beide kanister draufgegangen wieder ja cool ich bin hier wieder der tollwand kaufen die kanister wieder auf jetzt tauchen sie da auf ich werfe die darunter ja alle fast tot ja deswegen ja man das land ich habe mich keine waffen mehr ich habe noch pistole das ist das problem nämlich wenn du die runde kann ich dann lauf ja ich hatte die mutter auf mich ja ja genau er lebte noch scheiße ich sehe nix wegen kummer kotze ja ich bin gleich auch tot rochelle ist jetzt die einzige leben ich habe jetzt spielt damit siehst mich ja ja ich kann nichts machen das heißt wir sind ja tot ich bin auch tot brauchen wir können wir knicken also es die kanister wieder von hinten holen so sehe ich doch nicht ein hier die bomb hast du immer schon auf passiert doch nichts das weißt du doch ja trotzdem hier war ja nichts ne also erst alle kanister von hinten und dann am besten laufen sie durchs lagerhaus durch ja also ich glaube jetzt vor eben durchs lagerhaus und dann hole ich eben ein kanister da weg wir müssen erstmal die von da oben runter holen die da sind aber da kommen wahrscheinlich sogar die meisten an gegnern ja dann kommt schnell so jedoch ich deckt so mich sehr war ja klar ja aber ich habe die angeschossen rechten gesehen hatte hatte ja ich wollte erst die einen hier durch oder holt du die einfach durchs lager auslaufen und links ist so kleine eingang da kannst du die ganz schnell wegwerfen jetzt kommen wir erst mal ja tja tja ja und die beiden werden wir natürlich auch hinterher ja ich weiß habe ich schon gesehen ich wollte den anderen kann ist davon lange ich habe die anderen nämlich dahin geworfen gehabt wieso rennen die mir nur nur mir hinterher ist egal dann sind sie bei dir ausgerechnet immer wenn ich irgendwo hinlaufe ne muss ich jetzt erstmal gleich heilen wer muss sich heilen ja woche du dumme kugel alter das schlimme ist weißt du die laufen nur die hinterher ich weiß aber ich bin nur mehr dann kommt ich habe die kanister hatte gewusst ein hunter ja lassen sie erst mal wegfüllen weil hier oben sind noch welche ok habe ich hinten noch ja kommen da sind sie auch gleich noch mitnehmen hier runter 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 ja genau hast du die holst du die wieder ja ich schon mal wieder ein runter und dann war da weiß noch boxen hier und direkt auf landen haben wir die nicht weg dann kämpft immer auf ja kommen wir gleich alle wieder raus wahrscheinlich ich muss aufpassen hier wegen alter schwede und das war der gefährlichste den nicht ich weiß wieder vor deine beine ja kommen aber verdammt 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 das war der bitte weil die anderen beiden reagieren ja gar nicht hier ist noch einer so jetzt die ganz ganz hinten da ganz ganz hinten die da ach so du hast schon ein ich habe dich gar nicht gesehen ja ich habe schon ein ganz schnell zurück ja was auch hinter dir lauf lauf ich will auch gleich danach mach schnell ich habe den anderen noch in der hand ja hast du ja warte warte lass erst massen wieder verkleinern hier sind so char char so jetzt hier oben ist einer der ist nahe genug ja kommt also den den ja genau den den wollte ich auch holen hast dann habe ich nämlich schon alles klar weil die je näher zum kommen ist so schnell kommen wir dran ja okay so wo jetzt kommt erstmal tanks und auf die tank nur auf die tank auf die kleinen wichser der nervt nämlich da ist mit jaka wieder neben mir das noch muss ich als tank direkt doch mal wo das was konnten ja tut ich es heilen will ich ja gerade noch mehr gleich da ja ist klar toll natürlich aus machen also erstmal die zwei dahinten wo ich gerade lang laufe ich bin noch neben dir oder hinter dir ist ein jockey ich bin deshalb von einem jockey vorbeigelatscht ich habe den weg auch nicht so nah da eben kein getroffen ich lade direkt sofort nach ja man wartet dann auf euch und ich komme gleich hinterher ich bin hinter dir weil das jetzt glaube ich denke nur noch eins und hier vorne sind zwei im raum drin das 1 genau das da kommen die gleiche wird über die frische lauf läuft durch und wir decken dich genau die beiden halten hinten die weiß auch nicht warum die beiden immer die sind zu beide dumm so jawohl jetzt kommt erst mal wieder charger einzelne zombies sind uninteressant hier im haus ja ist geil durch das noch smoker jetzt habe ich einen jockey auf dem kopf ich weiß ich hab dir schon geholfen ich gehe nach oben ja wollte ich gerade auch hast du den letzten nee ich hole den letzten sofort haben ja dann kommen 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 ich warte so jetzt nachladen was passiert jetzt also nicht drücke senkt sich drücke senkt sich und gewinnt sich die schon mal in richtung brücke alter schwede kann es noch ein bisschen schneller gehen deswegen haben wir es gemacht wegen unserer karre ja schein zu komm boah scheiße geschafft alter die da oben stehen dann noch so ganz ruhig so seelenruhig ne fackelträger ja alter schwede ey die überleben konnten fliehen es kommen gleich wieder zig milliarden zombies wurden wieder an diesem dreh getötet glück als er als er selbst als verbette hab ich doch gesehen gesamtspiel 1 stunden 9 minuten alter geht ja noch ein neustart da drauf ne ja klar war wir auch 1 diesmal bbbbb er brauchte schmerzen mit dem 7 du 12 hast klar hallo ich spiel mit dem dinger wenn schon rein er brauchte rohrbomb 3 stück alter schwede er hat dann neun stück getötet aber acht stück mit dem smoker ab 5 was sie hier guck mal wer auf der ganz oben ist getötet politik gewöhnlich infizierte hat am wenigsten Schaden erlitten das kann nicht sein mit er ist an einem zu verbinden er du hast am meisten getroffen jörig das hat er hat du mich auch hat am meisten da wo ich mit zombies ich habe mir verbündete geheilt halte schilder 1 von zorn bei diesen filmproduktion verletzt ooooh mit leid nächstes kapitel geschafft sozusagen ne fett wenn wir mal sagen wir bedanken uns für zugucken und bis zum nächsten kapitel tschüss 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 tschüss